Ich bin der Meinung, dass es viele Dinge gibt, über die ich nur mit meiner Schwester und meiner Mutter spreche. Wenn ich nicht weiter weiß, weiß ich, dass ich Mai fragen kann und dass sie eigentlich immer für mich da ist, wenn ich sie brauche. They're the little things when only two girls can't connect. Meine Mama hat unsere Haare immer geglättet. Sehr, sehr gründlich und ausführlich. Bürsten, glätten, bürsten, glätten. Wir haben ähnliche Bedürfnisse, was zum Beauty und Skincare angeht. Wir benutzen auch schon fast die gleichen Produkte. Natürlich schaue ich zu meiner Mama auf, wie für mein größtes Vorbild. Ich könnte mit dem 50. Mal Probleme hinkommen und sie hat mir immer zu Google-Sachen und schickt mir die Google-Ausschnitte, wenn sie keine Ahnung hat. She's my personal beauty consultant. I always try to seek some tips from her. Was für ein Beauty-Produkt wäre Mai? Entweder ein voller Lippenstück oder ein Blush. Hätte ich auch gesagt, ja. Ich finde es so wichtig, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen, Erfahrung zu teilen, sich zu supporten und gestärkt daraus zu geben. Im Office, wenn wir uns sehen, oh, dein Kleid ist voll schön. Oh, Aileen, du siehst heute wieder Bomben. Deine Schuhe sind voll toll. Deine Lippenstück ist total schön. If I'm in a doubt, she helps me out. If she's in a doubt, I help her out. Ich schätze total eine empathische, offene Art. Ihre Ehrlichkeit, Stärke, Mut. Ich meine, alles. Ich könnte gar nicht eine Sache sagen, die besonders schön ist. Alles schön auf der Welt, einfach in einer Person vereint. We are the biggest support system of each other, the women themselves.